Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen Aufstieg durch Bildung. Diese Leitidee teilen wir alle in diesem Hohen Haus. Als Sozialdemokrat bewegen mich aber insbesondere zwei Fragen. Lösen wir das Versprechen auf Bildungsaufstieg tatsächlich ein? Und besteht echte Chancengleichheit in unserem Bildungswesen? Ich möchte daher die heutige Debatte nutzen, um Ihren Blick auf den Ausbildungsmarkt und die Lage der Jugendlichen mit Migrationsbiografie lenken. Schülerinnen und Schüler mit Migrationsbiografie sind längst in der Aufholjagd und Bildungsabschlüsse. Dennoch, trotz aller Vorschritte, die auch von Frau Ministerin erwähnt wurden, unser Bildungssystem macht sie immer noch zu den Bildungsverlierern. Und das muss uns nachdenklich kümmern. Meine Damen und Herren, Herkunft darf kein Schicksal sein, weder der Geldbeutel noch Herkunft der Familie. Unsere duale Ausbildung ist bekanntlich ein Erfolgsmodell und stillt den Fachkräftebedarf unserer Wirtschaft. Leider gibt es immer weniger betriebliche Ausbildungsstellen und viele Jugendliche gehen leer aus. Dabei wird die Herkunft für Jugendliche mit Migrationsbiografie zum Klotz am Bein. Ein Berufsabschluss ist die Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt. Er eröffnet Lebenschancen und bietet Perspektiven. Diese Chancen und Perspektiven sind aber leider nicht allen Kindern in Deutschland in die Wiege gelegt. Alle Zahlen belegen, Jugendliche mit Migrationsbiografie bekommen Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt zu spüren. In türkischer oder arabischer Namen wird es zum Stigma. Das darf nicht so bleiben, meine Damen und Herren. Egal wie gut ihre Leistungen sind, sie müssen sich mehr anstrengen und gleiche Chancen auf einem Ausbildungsplatz zu bekommen. Ihr Ausbildungsweg ist mit mehr Stolpersteine gepflastert. Trotz statistisch nachgewiesen großen Bemühungen erhalten Mahmoud und Aisha seltene Antworten auf ihre Bewerbungen als Anna und Michael. Trotz gleicher Leistungen werden Mahmouds und Aishas Bewerbungen aussortiert. Sie werden viel seltener zum Bewerbungsgespräch eingeladen und das sagen auch Statistiken. Sie ergattern also seltener einen begehrten dualen Ausbildungsplatz. Meine Damen und Herren, das dürfen wir nicht hinnehmen. In diesem Land brauchen wir jedes Talent, denn jede und jede Jugendliche ist unsere so dringend gebrauchte Fachkraft von morgen. Sage und schreibe, nur etwa 15 Prozent der Unternehmen in Deutschland bilden Jugendlichen mit Migrationsbiografie aus. Ich meine, die Wirtschaft ist in der Pflicht, gute Ausbildungsplätze für alle Menschen zu schaffen, für alle Jugendlichen zu schaffen. Zum Schluss sind mir drei Aspekte besonders wichtig. Erstens, dass wir die betriebliche Diversity-Kompetenz stärken, um Vorurteile abzubauen. Ich selber kenne und glaube an die Erfolge von Schulungen zum Erwerb interkultureller Kompetenzen. Zweitens, müssen wir neue Wege gehen, warum nicht auch anonymisierte Bewerbungsverfahren auf dem Ausbildungsmarkt. Zum Drittens, wir müssen die Jugendlichen stärken. A, ihre fehlenden Netzwerke auszugleichen. B, Modelle und ihre enge Zusammenarbeit von Schulen und örtlichen Ausbildungen sind sehr wichtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herkunft, das kann Schicksal sein. Lassen Sie uns dafür arbeiten, dass wir keinen Jugendlichen zurücklassen. Dankeschön. Vielen Dank. Dr. Thomas Feist ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion.